. . . . . . Guten Tag. Frau Samaroga, grüß dich. Ich nehme die Altamura, gerne. Gerne. Hat es euch noch gerne? Alles, danke! Das wären 43. Das war der Götzett. Danke vielmals. Dann wünsche ich euch ein gutes Neues. Auch ein gutes Neues Jahr. Danke vielmals. An Neujahr wünschen wir einander ein gutes Neues. Auch ich wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr. Aber was ist das eigentlich, ein gutes Jahr? Wenn uns und unseren Liebsten nichts Schlimmes passiert. Wenn wir gesund sind und glücklich. Wir haben dann noch ein paar Wünsche darüber hinaus. Erfolg im Beruf. Gute Noten in der Schule. Und dass das Lieblingsbrot in der Bäckerei auch kurz vor Feierabend noch da ist. Natürlich wissen wir, dass auch andere Menschen ein gutes Neues Jahr haben sollten. Dass auch sie gesund und glücklich sein möchten. Das ist ein grosser Wunsch. Man weiss gar nicht, wo anfangen. Aber mich dünkt, meine Bäckerei weiss, wie es geht. Ich komme regelmässig hierher. Ich kaufe Brot und die feinen hausgemachten Amaretti. Aber ich bekomme jedes Mal noch viel mehr. Schon nur, dass es hier so gut riecht. Die Brote und Kuchen sind liebevoll ausgestellt. Alle Kundinnen und Kunden werden freundlich begrüsst. Viele mit ihrem Namen. Manchmal gibt es einen Schwatz. Meine Bäckerei lebt jeden Tag vor, wie man das Leben auch für die anderen gut machen kann. Man schaut einander in die Augen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Viele Menschen haben nicht einmal das. Ich bin froh, dass sich bei uns alle Brot leisten können. Und ich möchte, dass der Preis auch für diejenigen gut ist, die das Getreide aussäen und ernten. Ein Preis, der auch zur Erde und zum Leben auf unserem Planeten Sorge trägt. Wir möchten ja, dass auch unsere Grosskinder sich noch etwas Neues wünschen können. Und auch die Grosskinder auf anderen Kontinenten. Eigentlich wissen wir es alle. Damit es uns wirklich gut gehen kann, muss es auch den Anderen gut gehen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein Gutes Neues. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein Gutes Neues.